Musik Ja, servus Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde FIFA 16 Ich glaube, wir haben einfach Glück momentan, denn Bayern hat anscheinend auch unentschieden gespielt und immer noch 10 Punkte jetzt Bayern hat aber natürlich noch ein Spiel Ich weiß nicht, woran es liegt, ganz ehrlich nicht aber feststeht, natürlich spiele ich grottenschlecht gerade ganz klar, aber trotzdem, manchmal regt das Spiel einfach nur noch auf weil es gibt Spiele, da spielt man richtig flott, da ist das Spiel richtig schön intensiv, schnell und da gibt es einfach Spiele, da pennt man eigentlich nur bei ein und das waren die letzten zwei Spiele So, das nächste Spiel, wenn ich mich nicht irre, dürfte dann gegen Audi sein Nein, Spaß Mach ja wohl alle Stimmen, was die Ingolstädter sagen, dass Audi nicht so toll unterstützt aber feststeht, dass Audi trotzdem noch ganz klar mit in dem Verein drin steckt So, wir haben wieder eine komplett auskurierte Mannschaft jetzt werde ich erstmal Ja, bis auf Geist, gut Geist, aber den werde ich halt im nächsten Spiel noch nicht spielen lassen Ich glaube, so kann ich das erstmal stehen lassen Ja, speichern Platte erstmal rausgenommen Und jetzt geht's gegen Ingolstadt So, Ingolstadt steht auf dem letzten Also, ganz ehrlich, wenn ich da nicht treffe Dann ist dieses Projekt für mich beendet So Ja, ein bisschen die Dinger mitgenommen Aber ich meine, das ist auf jeden Fall exzellent Und ich habe sogar Lollower überholt Nice So, wir spielen gegen Ingolstadt Es ist hier am Regnen wie Sau Aber es ist egal Wir wollen Nach Einer Niederlage und zwei Unentschieden Jetzt endlich mal wieder ein Sieg Und dafür werde ich versuchen, alles zu tun Oh Gott, aber kann ich ja nicht direkt ein Gegentor fangen Alter Vater Ich hätte ja fast wieder das Gefühl, jetzt mache ich ein Tor Aber den hat Sam gar nicht getroffen Es war tatsächlich ein Ingolstädter Warum geht der nicht zum Kopfball? Will der mich verarschen? Du, Ingolstadt beginnt auf jeden Fall erstmal mit Tempo Alter, geh mal zum Kopfball, du Ochse Ey, die springen da hoch wie so ein fauler Sack Ey, das ist nicht nur normal Ist die alle so besoffener her oder was mit dem? Schön weiter gesteckt Chichirito Ah, der Ball kommt auf vier Kiel nicht durch Schade Wow, Kopfball durchgeworden Und der erste Abschluss von Sidney Sam Aber wie immer, wenn man von der Position schießt Der Ball wird abgenommen Ich dachte schon wieder Sam pennt So, auf jeden Fall jetzt mal schnelles Spiel Von Schalke Machen schnell Druck Nachdem Ingolstadt eine relativ flotte Anfangsphase hatte Achtung, jetzt wieder Also dieses Über der Außen, das läuft auf jeden Fall bei Ingolstadt Chance da Und Kyotake Raus, auf Sam Oh mein Gott, ey Und dann Fehler Und dann ist Fikir Und dann steht es tatsächlich 1-0 Und dann Weißt du, irgendwann muss man einfach mal Glück haben Riesen, riesen Bock Bei Ingolstadt Also da kommt der Ball zurück Und dann der Pass Und Fikir Schneller Und er haut das Ding einfach dann Rein 1-0 Also es geht doch Wohl mit Schützenhilfe aus Ingolstadt Aber hey Irgendwann Muss dann eine Torlose Serie auch mal enden Wir planen schon ein, wofür Ingolstadt Neustädter Schau Maja Ja Den Baller nicht behalten Sie hat schnell gespielt Aber das Problem vielleicht ein bisschen Er hat den Ball angenommen Torwart ist draußen Chichirito war aber auch da Also knappe Sache Achtung Jetzt vielleicht Konter von Ingolstadt Ja Da ist der Konter Fernand ist draußen Stark Was ist das denn? Oh, die wussten nicht, dass ich einen Wurf hab Aber Firmann stark Guter Einsatz von Nastasic Also ganz sicher Ist das nicht natürlich noch nicht Aber immerhin haben wir schon mal Tor geschossen 40 Minuten gespielt Erster Eck bei Ingolstadt Mein Gott Fang das Ding doch einfach Das Ding geht erstmal Inseiten aus Einwurf Für Ingolstadt Ey, was meinst du, was unser früherer Trailer Hätten hätte uns da so zusammengeschissen Wenn wir da nicht den Arsch bewegen können Um da Die Freistehende Männer Mindestens zu entdecken Bei dem Einwurf Bei dem Einwurf Und die hier da Die laufen immer ganz ruhig hinterher Kaffee trinken Noch ein bisschen Ne Ja, schon noch ein Schnitt Genessen Genau So, dann mal gucken Wo der Einwirfer den Ball hinwirft Zu welchem Gegner Und dort kann man sich dann auch Langsam hinbewegen So, Fikir, stark gemacht Er kann man sich nur noch gegen Kopp hacken Da kann man sich nur noch Ja, gegen Kopp ist natürlich falsch am Kopp hacken Echt So, immerhin fühlen wir 1-0 Hätten das 2-0 machen müssen Aber natürlich nicht Wir sind Schalker Asoziale Schalker Asoziale Schalker Asoziale Schalker Asoziale Stuttural FUSHET Skinner Also Asoziale Let's jar Scheiße, ey. Ehrlich gesagt, bin ich auch nicht so richtig in der Spur drin, ey. Das ist ganz komisch. Spiel ist natürlich auf der Kippe, ne? Ein Ball von Ingolstadt kann hier den Ausgleich bringen. Da wird natürlich wieder voll in der Krise drin. Nächster Eckball für Ingolstadt. Und dann am 11. April 19.45 Uhr in der Felddienst Arena steigt dann das Revierderby. Und Fährmann Buster pariert. Aber Schalke pennt jetzt. Ingolstadt macht Druck. Wir haben natürlich auch einfach Glück bei solchen Situationen. Fehlpass. Und Schalke kann den Ball nicht vernünftig leer, beziehungsweise vernünftig was draus machen. So, jetzt mal einen, wo man ihm versucht wieder Ruhe reinzubringen. Da sind wir immer ganz gefährlich, nur mit einem Tor zu führen und dann, äh, die Kontrolle über das Spiel abzugeben. Wir sind aus der Burg gestern auch wieder richtig gut hingekriegt, beziehungsweise, ähm, 19.12., äh, in der 90. Minute oder 89. Mal wieder ein Ausgleich kassieren. Aber dafür, dass wir mega schlecht gestartet sind in dieser Saison, äh, kann man sich eigentlich recht nicht unbedingt beschweren. Was noch lustiger ist, die Täubchen haben sich erstmal mit dem Los festgefahren. So, und jetzt vielleicht fikt... Kiir! Jawoll! 2-0, also. So. Erstmal den Dreck erwischen. Und jetzt steht 2-0. Also, bei der Oberung Meier auf Hernan. Der ist zieht kurz im Wald zurück. Lücke ist frei. Kiir. Bisschen den Bein nach rechts bringen lassen und dann... Aber wenigstens sind die lange Ecke und diesmal auch... Und diesmal auch wenigstens mit, äh, bisschen Dampf und so, dass der Torwart auf jeden Fall nicht mehr drankommt. Das hat Meier gegen, äh... Hertha ja nicht hingekriegt. Und Kiir. Und das ist halt dann... Immer noch... Dass der Dreck nicht komplett abgewischt ist. Ich meine, klar, sollte ich vielleicht selber machen. Aber andererseits... Ist es vielleicht auch sicherer, den Ball einfach quer zu spielen. Und dann passiert natürlich sowas. Das heißt, man hat das Glück noch nicht ganz auf seiner Seite. Aber man führt 2-0. Und jetzt trifft er auch Chichirito. Mit ein bisschen Glück, aber er trifft. So, jetzt weg... Ich nutze jetzt mal ganz schnell zum Wechseln, weil sonst, ähm... Sind die Spieler nachher gegen Dortmund wieder alle kaputt. Aber das wird wahrscheinlich sowieso so sein. So, 3-0. Jetzt wird's wenigstens mal deutlich. Aber Ingosch hat sowieso sehr offensiv. Versucht noch irgendwas. Oh, der Ball quergelegt. Und jetzt mit... Ein bisschen Glück, aber wieder... Relativ groß gemacht hat sich da... Der Torwart, aber... Tichirito hat sich dann doch irgendwie hingekriegt. Also... Vielleicht... Wird jetzt das Glück wieder ein bisschen besser, was... Tore schießen angeht. Bei Ingolstadt, ich glaube, die werden sich schon mit dem... Abstieg angefreundet haben. Und dann nochmal Hernan, der ist aber... Stark gehalten vom Keeper. Das muss man jetzt sagen. Da hat Hernan das alles richtig gemacht. Der Ball kam... Nur mal dahin, wo er hinkommen sollte. Von Fick hier. Genau. Mittig. Und da einfach gut gehalten vom Keeper. So. Und dann ist der 3-0 Sieg da. Endlich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann heißt es... Derby-Time. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.